Kalt, nass, ungemütlich oder wie man bei uns sagt, sympathisch. Guten Morgen zu Gravel am Sonntag, da ist Benjamin, da ist ein Auto, da ist der erste Berg, links, links, links und wir fahren jetzt bergauf. Nach der Entspanzenführung. Ja, ja. Willkommen bei der roten Planung mit dem Roadbike, erstmal der Hausberg. Kurz gesagt, Benjamin wurde entspannte 3 Stunden fahren und ich habe erstmal 80 Kilometer Gravel rausgehauen. Was, bist du von jetzt schon an, ist das nicht? Also wie man sieht, so auf 82 Höhenmeter hat man schon ganz alt Wetter, plötzlich der Schnee fall. Wir haben heute bestes schlechtes Wetter überhaupt. Gestern hatten wir richtig Glück mit Schnee, heute haben wir so ein bisschen Schnee-Regen, ca. 1 Grad. Auf jeden Fall wird's nass. Regen definitiv. Und wir fahren heute so ca. 80 Kilometer durch Brandenburg, weil Panama so schön ist. Und ich muss auch wieder sagen, irgendwie ist mir Brandenburg sympathisch halt Girona und wo sie sonst alle Fahrrad fahren. Es ist zwar vielleicht kalt, nass, ungemütlich, aber so ist ja das Leben und das macht ja bloß stärker. Kalt, nass, ungemütlich oder wie man bei uns sagt, sympathisch. Was ganz wichtig ist, wenn man auf Komoot plant, ich habe gehört, jeder Gravel-Biker, der was auf sich hält, muss so eine kleine Abzeigung, Single-Trails einplanen. Sonst macht es einfach keinen Spaß, wenn man gerade ausfahrt und trifft. Also da gerade durchfahren, war ziemlich langweilig, oder? Und ich habe den ganzen Spaß mit Komoot geplant. Was ich halt wirklich am besten finde, wenn ich ein PC plane, ist die Trail-Ansicht. Das ist einfach so toll, weil du halt Straßen aus dem Weg gehen kannst. Und es ist einfach nur geil. Und ich finde halt Brandenburg ist halt schon anders hübsch. Also ich mach's. So, ich bin heute übrigens mit dem Kochen unterwegs. Ich hatte heute richtig Bock auf mein Titan-Bike. Und Benni ist mit dem Barsen unterwegs. So, herzlich willkommen bei Anbahn 2023. Oder kurz gesagt, Wasser ist nicht mein Element. So, ich habe den Track wie gesagt mit Komoot geplant. Meine Vorliebe ist ja so ein bisschen mehr Sand. Benjamin wollte ja unbedingt fahren. Hat sich den Track gar nicht angeguckt. Und das heißt, wir kriegen da einfach schöne Trails. Bisschen geiler Sand. Stief am Wälder. Und richtig viel Spaß. Und jetzt zeige ich meine große, große Liebe. Nicht Benjamin, sondern Plattenwege. Das ist das Geilste überhaupt. Es gibt nichts Schöneres als Plattenwege. Vielleicht noch ein Professor. Also ich habe vorhin meine Komoot-Skills gelobt. Da müssen wir jetzt hoch. Aber es ist ja nur ein kleiner Berg. Please enjoy the view. Enjoy the sand. Have fun. So, das ist mega geil. Nein! Nein! Natürlich könnte man jetzt garantiert irgendwie diesen Berganstieg umgehen. Aber es ist halt auch eine geile Erinnerung. Oder? Es war auch geil irgendwie, oder? Im Nachhinein. Julie, wir müssen rechts rum. Nö. Natürlich ist der Weg auch mal ein bisschen doof. Oder man kommt nicht so gut voran, wie man es geplant hat. Aber es wird halt immer wieder besser. Und man wächst daran und darf halt niemals aufklicken. Und auch das ist halt Gravel, ne? Also, klar Sand. Aber wenn du nach einem Tag nach Regen fahren willst, Schnee. Ist halt immer matschig, ne? Gehört halt alles dazu. Okay. Und ganz ehrlich, man kann sagen, was man will, ne? Das sieht einfach nur geil aus. Also, ich finde es geil, ganz ehrlich. Ja, schon. Ich schaue da mit einem Platz rein. Die Kaufen sind also gut in der Fahrt. Ich kenne die Luft. Äh, ich hab Blatt zurück, oder was? Richtig, du soll ein. Richtig, du soll ein? Hier, Benjamin, die Maschine, alter. und wie ihr alle wisst die ende wird immer von hinten gestopft wir haben jetzt wohl 40 kilometer knapp und haben irgendwie drei stunden gebraucht ist so eine ganz gute zeit und genau das sind die schönsten tage an denen man nicht geplant hat zu fahren dann doch unterwegs ist und so ein geiles mini-abteil hat und das wichtigste im leben Radsport bitte du mal wollten und jeder von uns kennt das man hat motivationsprobleme das wetter ist schlecht es regnet es ist zu kalt ich finde gerade keine ausrede es gibt immer einen grund warum man nicht raus geht aber wenn man draußen ist es so viel besser man hat motivation und es geht nicht darum geld zu machen oder keine ahnung kilometer zu scheffeln ich muss den und den schnitt haben sondern es geht einfach nur darum spaß zu haben und geile erinnerungen zu schaffen oder was für ein ich hoffe ihr hattet genauso viel spaß beim zugucken wie wir beim fahren klar sind mal stücke dabei die sind nicht so cool aber ganz ehrlich daran wächst man und irgendwann wird die straße der waldweg auch wieder besser oder nicht like abonniere kommt hier ciao